Hier ist der liebe Rocky. Rocky! Ich geh ein bisschen näher. So sieht man so gut nichts. Ah, Johan. Der eine ist gerade nicht da. Da ist die Liebe. Fast dann, Rocky. Es ist richtig kalt. Es ist richtig kalt. Aber es ist kalt. Aber es ist kalt. Aber ich muss mich kurz aufpassen. In den Stufen, weil die sind richtig glatt. Fokusieren bitte. Dankeschön. Ich geh mal weg. Schon ob der Rocky mir fragt. Da ist er. Das sag ich dir einfach. Er liebt keinen Schnee. Er hasst keinen Schnee. Aber er findet ihn nicht okay. So. Das Video lade ich aber jetzt zuhause. Jetzt nicht ins Wasser. Jetzt zuhause hoch. Das war's auch schon mit dem Video. Weil... Vielleicht angestellt ich ihn jetzt nicht zu filmen. Jetzt film ich einen. Jetzt spiele ich mal ein bisschen mit ihm. Sag ich mal tschüss.